Hallo, heute machen wir Sushis. Zuerst den Reis waschen, dann kochen lassen, dann in einer Schüssel Reisessig mit Zucker und Salz vermischen. Und zwar so lange bis man erstmal von dem Zucker und dem Salz sät. Und dann die Essigsauce in den gekochten Reis einfügen. Und dann den Haar so lang mischen, bis er glitzt. Dann noch die Avocado aufschneiden. Und noch die Schale entfernen. Und dann noch die Avocado in längere Stücke aufschneiden. Und dann noch Zitronensaft in die Avocado Stücke einfügen. Und dann noch die alten Sushi Blätter mit Reis bedecken. Einmal aufpassen, der Hand muss nicht bedeckt sein. Also wie auf dem Video eigentlich. Dann noch Avocado und Lachs Stücke draufsetzen. Und dann noch Creme Fraiche auftragen. Dann das Ganze noch zusammenholen. Und immer aufpassen, dass alles schön zusammengepresst ist. Zum, dass es keine Sushi Stücke hat, die dann verfallen. Und dann das Ganze noch in gleichmäßige Stücke zerschneiden. Und vergiss nicht uns noch zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.